Herzlich Willkommen zurück zu Unturnet, hier ist euer LTV Lustikal und immer noch bin ich unterwegs hier in dieser Stadt und versuche zu überleben und das Spiel ein bisschen besser zu verstehen. Es ist nicht einfach für mich, kostet halt alles 1000, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich rusche nicht einfach so durch die Stadt, sondern ich gehe wirklich ganz gemütlich. Okay, wir waren Zombie, muss hinter mir auch mal gucken, weil die spawnen ja immer wieder. Komm mal, Skills, ich kann immer noch nicht Skills machen. Alles so ein bisschen sehr dunkel und ein bisschen bescheiden, gebe ich natürlich auch zu, ist auch ein bisschen doof. Aber ich kann da nichts dran ändern. Hey, warte mal, das kann ich doch anziehen. So, Skills, geben wir den nochmal ein. Also langsam, begreife ich. Orange Hoodie. Hoodie, ich ziehe dich an. Eine Hose. Ich glaube, die gefällt mir sogar besser. Ich schmeiße sie mir dann raus. Könnte ich sogar das dazu anziehen. Sieht doch schon aus wie ein Mensch, oder? Oh. 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 Was war das hier? Claude? Was ist das? Ne, war einfach mal mit. Ähm. Bis jetzt? Oh, nicht schon wieder. Und dann gleich zwei von denen. Was der andere? Da war da noch einer, oder? Egal. Ich kann mich entsinnen, dass ich hier einmal hier oben gestorben bin. Aber jetzt scheint hier alles sauber zu sein. Okay. Wir haben die Stadt gezielt durchsucht. Ähm. Bisher ist noch nichts groß gefunden. Ich habe nur noch 66 Energie. Jetzt gehen wir mal rechts rum. Oh. Nicht schon wieder. Häh. Komm mal her. Häh. 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 Nicht schon wieder. Häh. 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 Da war ich eben, glaube ich, drinne. Ja. Äh. Dann gehen wir mal da rein. Was haben wir denn da? Das ist alles, was wir essen. Aber irgendwas muss ich jetzt rausschmeißen. Ne, das kann ich ja trinken, weil ich habe ja Durst. Was ist denn das? Ein Helm oder was? Eine Mütze. Hey, wie süß. Ein Poncho. Kann ich den überziehen? Loll. Ich sehe aus. Oh mein Gott. Ich habe ein Fernseher. Und eine Waffe. Aber die nutze ich noch nicht. Oh. Oh. Ich habe ihn gehört. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich gab. Häh. 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 Huhh. Nuuuur. Groh. Noch eine Waffe. Kann ich nicht aufnehmen. Ja, dann ess ich jetzt mal schnell was. Was ist das? Komm. Achso, das ist das, okay. Haben wir noch hier? Notblock. Ein Clip. Würde ich alles gar nicht haben. Also raus damit. Napsack. Also im Endeffekt das gleiche Ding wie da. Und es wird langsam wieder hell, Leute. Ist das nicht toll? Komm her. Hallo. Ich muss gucken, dass ich irgendwas finde, das mich heilt. Eine Säge würde mir nicht helfen. Was ist das? Eine Pistole. Das schmeißen wir dann wieder raus. Nehmen die Pistole mit. Da haben wir jetzt schon mal zwei Pistolen. Diese Frage ist... Ich habe sogar drei Pistolen. Bedeutet eigentlich brauche ich gar nicht erstmal... Erstmal nicht mehr in den Nahkampf gehen. Das ist eine Bank. Apple Juice Box. Ja. Meiner ist ja auch ab und zu durstig, ne? Ich bin jetzt hier durch die Stadt. Ich habe noch nichts Sinnvolles gefunden. Ah, ich weiß, wo ich bin. Hallo. Can you help me? Rage. Was heißt, wenn ich den jetzt nutze? Die Rage Equip. Vantagier mich mal. Ja, ich bin so ein kranker Mann. Hilfe. Okay, der hat mich jetzt registriert. Lasst mich laufen. Fuuuuck. Hilfe. Nein. Ich habe alle Zombies angeloggt, die man nur anloggen kann. Jetzt muss ich kurz anziehen. und ich überlebe fahrrad juli sowas zu liefern ich werde euch überlegen, ihr Schweine! Vielleicht nicht? Scheißen Dreck! Drei Knarren und alle machen Scheiß! Nein! 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 Ah! Fuck you! Scheißen Dreck! Fickt euch doch! Ah! Jetzt müssen wir mal... Ah! Fuck! Kontrollieren? Okay. Man ist dann auf 20 zurück? Wieso das denn? Ach so, vielleicht die nächste Stufe dann wieder zurückgestellt und wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann stellt sich das wieder komplett zurück. Oh my fucking Godness! Alter, ist das nervig. Da ist ne Stadt, da gehen wir hin. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt schon wieder von der nächsten Folge an Turnit. Ich bin schon wieder gestorben. Diesmal hat es länger gedauert, das ist doch mal was Tolles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi! 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 Tschüssi!